ja freunde es geht da weiter wo wir aufgehört haben die neue geänderte leitung von spiegler ist da das schauen wir uns gleich an willkommen bei sams channel ich glaube langsam wird es mir hier zu eng ein bisschen was muss man wieder ans motorrad dann muss ich noch was korrigieren da hat mir der marcus von spiegler noch gesagt dass hier an diese stelle vom verteilerblock zu den spiegler eigenen leitung keine dichtlinse reinkommt das heißt diese dichtlinse hätte es nicht gebraucht und dann wäre auch dieses ding ein bisschen tiefer gekommen ja vielleicht hätte es dann gepasst aber dieser block wäre trotzdem zu groß gewesen wäre angestoßen aber abgesehen davon vielleicht hätte das loch dann gepasst und warum ist das so und warum werden die dichtlinsen dann überhaupt gebraucht ganz einfach die dichtlinsen werden nur gebraucht für diese stahl fittings oder enden rohenden die sind ja gebörtelt welche am motorrad sind und zwar haben diese dinge ich tue ja auch mal das gewinne stückchen zurück haben diese dinge nur innen eine dichtfläche hier außen kann man schön sehen gibt es keine dichtfläche da ist kein gedrehter oder gefräster oder sonst irgendwie gerade rand das ist da ist einfach dieses lack dieser lack drauf der drauf geblieben ist als dieses rohr ganz einfach auseinander gebörtelt worden ist und hier sieht man das auch aber hier bei der bei der leitung die von spiegler geliefert worden ist ist auch außen eine dichtfläche also da ist nicht nur innen einer hier sondern ist es auch außen an diesem rand ist eine dichtfläche dieser rand bildet diese dichtfläche und deshalb wird hier keine linse benötigt das habe ich falsch gesagt im letzten film es hätte aber für die lochposition auch nicht geholfen weil die ja von dieser seite her bestimmt werden diese seite ist auf jeden fall eine original starlleitung deshalb mit dicht linse so jetzt kommt die neue leitung an dieser stelle ist nach innen drücken lichtlinse wird hier keine benötigt weil sie integriert ist erinnert euch genauso wie hier auch man muss das ganze also nur noch gerade ansetzen und das gewinne andrehen wenn man das fest macht sollte das so ein bisschen diese stellung hier haben ja vielleicht leicht nach außen wieder mit den pfoten davor sorry das ist doch immer das gleiche ich hoffe mal das langt ich habe noch mal so eine schelle mitbekommen aber letztendlich habe ich mich doch für den kabelbinder entschieden weil es ist einfach an dieser stelle meiner meinung nach eine sehr gute hinreichende methode das festzumachen weil es hängt wirklich prima ja jetzt ist es hoffentlich richtig fertig und hier interferiert auch nichts mehr das abs jetzt gerade die schrauben sind fest vorher schon fest konnten fest bleiben also so ist es okay ich komme auch an die an die sache hier gut ran jetzt kann ich es eigentlich einsetzen und das mache ich jetzt als nächstes ich habe es jetzt schon mal hier hingelegt aber es ist noch nicht richtig weil diese beiden leitungen müssen ja hier durch und auch die abs leitung die ja in gemeinschaftsunion mit dieser einen diesem einen bremsleitung ist muss auch dadurch das heißt ich muss das hier erst mal alles durchfädeln ja das war schon der erste fehler aber ich mache das ja auch zum ersten mal kein thema die ganzen anbauten die passen hier nicht durchs loch ich hoffe ohne die anbauten passt alles durchs loch weil diese leitung muss durchs loch und diese leitung muss durchs loch und diese leitung muss übers loch sein wenn die leitungen alle durchs loch sind durch laucht dann muss man diesen zapfen kann man sehen was ich mache diesen zapfen hier muss man hier in dieses loch einrasten so und dann das ganze zuklappen und dass das abs seinen weg findet das hat es jetzt eigentlich getan die beiden leitung geht unten durch das abs jetzt genau an seiner an der stelle wo die wo die schrauben hin müssen und ich wage jetzt mal folgendes ich mache jetzt mal hier es hat sich schon so automatisch eingerastet fast hier an dieser stelle hier kann das ja im prinzip schon mal einrasten weil ich will das ja gar nicht mehr aufmachen dieses seitenwand sieht man wie das abs etwas übergewichtig da drin hängt ich tue mal irgendwas da drunter jetzt kommen ja diese beiden schrauben mit ihren aluscheiben wieder zum einsatz erinnert euch dass ich die scheiben nicht rausbekommen habe mit dem magneten weil es aluscheiben sind die eine muss hier hin und die andere muss dahin und die wo ich jetzt hin zeige da muss gleichzeitig der kanister fest deshalb mache ich erstmal nur die eine rein und dann besser zu treffen mache ich das glaube ich wieder senkrecht da seht ihr jetzt zwar nicht so genau wie ich das da rein tue aber schraube ins loch fallen lassen könnt ihr euch mich wahrscheinlich gerade noch so vorstellen also ich denke man kann das ganz gut sehen diese schraube ich ziehe die jetzt mal leicht an also noch leicht locker solange wie hier hinten noch nicht alles fest ist und hier hinten dafür drehe ich das ganze mal rum das ganze system genau hier muss nämlich die andere schraube mit diesem ding rein allerdings muss da vorher noch dieser kanister drauf der wird nämlich noch hiermit festgeschraubt und der kommt mit habe ich auch schon gezeigt mit diesem verankerungsblech auf dieses plastikteil und das war es schon hat gepasst ist ergriffen dann noch die richtige drehung bis ganz unten kein problem dann machen wir das mal fest und das hier oben auch fest so in plastik eingelegte käfig mutter bringt nicht gar zu viel an haltekraft auf deshalb handfest genügt ja hier die ganzen dinge sind fest wenn sie auslaufen muss man noch mal ran und dann kommt jetzt im prinzip ja was interessant ist ist hier noch ein belüftungsloch da ist nichts angeschlossen das eine loch geht ja da unten raus die anderen beiden kommen von innen habt ihr ja gesehen beim zerlegen das sehen wir auch beim zusammenbauen nochmal jetzt setze ich diese wand schon mal wieder dran jetzt sitzen abs und kanister wieder drin so wie vorher und es ist zu jetzt bin ich mal gespannt ob ich das in diesem zustand da rein geeiert kriege hier sind auch noch schnapshaken und ich hoffe die können dann zu bleiben wenn ich jetzt zu mache ja und ich muss es noch abstauen und damit das ganze schön stabil bleibt bei meiner hoffnung dass es das darf und soll werde ich hier auch schon mal diese schrauben wieder rein drehen diese vier dann ist diese wand endgültig zu andere seite auch ich erinnere mich dass diese auspuff halteschraube ab muss ob dieser relais kasten drin oder draußen sein muss glaube ich entscheide ich gleich weiß ich nicht so genau so und jetzt kommt der erste platzierungsversuch der unterschale die abs sensor leitung habe ich jetzt noch nicht bedient mache ich das überhaupt richtig so die unterschale heißt unterschale weil sie von unten kommt schon mal okay alter das wird ein spaß die ganzen stecker müssen nach innen das weiß ich noch weil die kommen nämlich von innen nach außen das heißt das alles muss jetzt erst mal da hoch also ich glaube es würde wenig sinn machen wenn ich euch jetzt detailliert zeige was ich jetzt gerade mache weil es ist schon ein bisschen verheerend gerade ja ich schwange gerade zwischen hochachtung und verachtung für die leute die sowas bauen ja es gibt da einen problem punkt der ist hier am kabelbaum der kabelbaum hat einen verankerungspunkt denn ich weiß nicht mehr wie ich denn da hinkriege das problem ist an dieser stelle das was man hier sieht ist der kabelbaum der kabelbaum wird auch von dieser konstruktion gehalten und dann über dieses ding hier eingerastet und das alles gleichzeitig das ist das problem von oben sieht das also so aus der kabelbaum ist hier in plastik gefasst und weil es plastik ist kann das natürlich nicht beliebig ausweichen soll es auch nicht sondern es soll an eine ganz bestimmte stelle kommen hier an dieser stelle ja nochmal die problematik zum mitschreiben wir haben hier am kabelbaum am kabelbaum kasten diesen zapfen und dieser zapfen muss hier hinten rein das heißt da fehlen noch drei zentimeter und wenn dieser zapfen vom kabelbaum da in die unterschale eingerastet ist hier hinten dann muss dieser haken hier in diesen schlitz hier rein in diesen schlitz da unten da dieser haken muss in diesen schlitz und das ganze nochmals sichern und das alles ist die seitenschale die ich gerade schon angeschraubt habe nebenbei bemerkt und zwar die wo das schloss drin sitzt das hier scheint so ein bisschen der neuralgische punkt zu sein an dem es zu arbeiten gilt ja vielleicht soll ich das einfach 20 30 mal machen damit ich dann die entsprechende übung habe ja die beiden kabel die ihr hier seht sind die beiden die ich von oben durchgeschoben habe blinkrelais und der ausgang des reglers und ihr seht da oben diese strebe diese metallstrebe die hier wo die kabels dran rauskommen hier nämlich an dieser stelle das ist falsch die metallstrebe muss hier hinten zu liegen kommen hinten an dem plastik das heißt diese ganzen kabel müssen nicht hinter der metallstrebe raus sondern auf der anderen seite auf der vorderen seite der metallstrebe das heißt das ganze ding geht nicht weiter hinter weil ich hier die kabel dazwischen gestopft habe ha ich muss die alles wieder nach oben durchziehen und dann zum schluss erst durchstecken das war ein nächster fehler so nochmal gerade zusammenfassen ich habe also diese beiden stecker jetzt hier oben und lasse die bis zum schluss hier oben bis die wanne sitzt das ist blinkrelais und DC ausgang vom regler dann hier noch diese beiden rbs sensor und das hat was mit dem tank zu tun drei pol ist wahrscheinlich das potty in der benzingeber und hier die beiden spritleitungen die ja auch fast passen dann hier unten oder hier bis da unten laufen die rohre die Richtung kanisterende gehen das ist da und hier der der bautenzug also eigentlich ist alles on place würde ich sagen und wir müssen noch diesen weg gehen also diese diese nase muss noch hier rüber das sind noch bis diese nase hier anschlägt fünf zentimeter vier fünf zentimeter bestimmt also ich habe um acht uhr angefangen jetzt ist kurz vor zehn ich bin fast soweit zu sagen die löcher passen ok das sieht auch ganz gut aus der haken hier hakt sich auch unter ich habe auch glück dass das die bremsleitung hier relativ gut passt also die wird sich sehr gut anziehen denke ich mal ja es war eine schwere geburt und zwar speziell an dieser stelle in verbindung mit diesem kabelstrang der sich da noch in dieses ding einhaken lässt und dabei keinen spielraum zulässt überhaupt keinen also das war eine schlacht muss man einfach sagen vielleicht wird es beim zweiten mal leichter vielleicht wird es ein zweites mal geben wenn die eine der bremsleitungen hier leckt an die ich so nicht rankomme zum beispiel die hier an die ich vorher auch nicht rankomme ja das kann auch ein spaß werden ja die beiden leitungen müssen jetzt noch durch nach unten das mache ich jetzt noch gerade und dann schauen wir mal ABS ist auch noch nicht angeschlossen das ist der große stecker hier übrigens die die rohre für die für den kanister habe ich die ganze zeit hier oben hin gebunden gehabt weil ich einfach davon ausging und das immer noch tue dass die jetzt immer noch dadurch passen das sollte gehen ich bringe jetzt erstmal die beiden leitungen durch dieses loch da unten hallo hier wo die hand leuchtet genau hier durch dieses loch und dann wird der ABS stecker wieder angeschlossen da wo er sowieso sitzt neben seinem stecker und dann kommen dann diese beiden dinge noch diese beiden schläuche die hier noch hoch gebunden sind und dann war es das erst mal erst mal bis auf wenn irgendwas undicht ist dann war es das noch nicht mal so dann stopfe ich jetzt mal diese beiden leitungen durch da das so hin muss muss die rote vielleicht als erstes durch die sind unten die beiden brauchen wir oben noch das eine ist die ABS leitung die wird hier rein geklickt die andere ist die ist die tankgeschichte als nächstes mache ich mal den ABS stecker wieder dran so irgendwie aber das kabel muss noch hier durch geschlungen werden deshalb brauche ich jetzt beide hände ich möchte gerne zum jetzigen zeitpunkt testen ob das hintere bremssystem dicht ist weil wenn ich es jetzt nicht teste und feststelle im komplett zusammengebauten der zustand dass es leckt wäre es eine katastrophe ja deshalb baue ich das jetzt zusammen ich baue sie jetzt den den bremslichtschalter rein das ist vermessen normalerweise würde ich jetzt eine ganz normale schraube erstmal benutzen aber ich benutze jetzt den bremslichtschalter unter der hoffnung vielleicht ist es ja dicht aber ich weiß es nicht also ich habe ich habe die schrauben zwar relativ fest aber jetzt nicht beliebig fest angezogen man will die dinger ja auch nicht abreißen und wenn ich das tue erzähle ich euch ein bisschen was ich habe also das federbein was zu diesem motorrad gehört das federbein habe ich zum david nach volkertshausen geschickt david kennt er sicherlich vom motortech kanal wo er schon öfter mal aufgetreten ist david ist also ein eigentlich ölins aber auch sonstige fahrwerk federbein spezialist david hat also uns sprich willi und mir angeboten uns das federbein mal zu überholen sie diesen motorrad also habe ich es ihm hingeschickt und er hat mir gerade geschrieben dass es also angekommen ist auch das aber jetzt blöd da kann ich nicht dran drehen das ist aber schade das ist aber alles nicht so schlimm bei diesem hydraulischen bremslichtschalter weil in wirklichkeit geht das kabel nach oben ab und nicht zur seite wie dieses teil implizieren mag so ich habe das gewinne jetzt angesetzt und jetzt muss es nur noch runter getrieben werden während man das hier so so hält naja könnt ihr euch vorstellen was ist das hier 14 gut das kommt erst mal hier irgendwie weg an dieser stelle hier unten mache ich mal einen alten krumm gezogenen dummy bremssattel drauf von irgendeiner honda ist der mal gewesen hat mir mal einer geschenkt der bremste nur noch ganz ganz krumm ging nicht mehr zurück der ist kaputt aber der musste nur ein bisschen druck aushalten gerade und dafür wird das schon tun so ich fülle jetzt dieses improvisierte bremssystem da oben blubbelt es recht nicht da oben blubbelt es recht nicht schon wieder leer so jetzt kommt die brühe unten raus das sollte genügen jetzt mache ich folgendes jetzt tue ich hier so ein stückchen holz hier rein und gucke ob das bremssystem anfängt zu beißen das tut tatsächlich das beißt jetzt kräftig ins holz das beißt das holz ganz schön kaputt muss ich sagen und dann muss ich mir die neuralgischen punkte anschauen es ist eigentlich nur ein einziger neuralgischer punkt diese eine übergabestelle am eingang des abs ist der kritische punkt diese übergabestelle am ausgang des abs ist ein ganz normaler banjo bolt da komme ich dran da kann ich fester ziehen wenn ich müsste aber am eingang des abs was macht dieses ding dieses ding drückt alles kaputt das ist jetzt gerade nicht so schön bis jetzt sehe ich keine flüssigkeit austreten sieht ganz gut aus aber mein klotz macht sie irgendwie ziemlich kaputt habe ich das gefühl das sieht alles trocken aus an dieser stelle ich mache jetzt mal was anders dieses holz das zerquetscht es mir zu sehr das ist mir zu spongy ok ich nehme jetzt mal ein aluminium stückchen ein alustückchen und beiß da mal drauf das ist ganz gut das passt da drübe eigentlich ganz gut so ja jetzt habe ich auch einen druckpunkt das ist auch ein druckpunkt wenn kein holz zertrickt wird es auf alu beißt das ist gut so ich habe das bremspedal jetzt betätigt über ein bisschen holz über den hebel man kann es hier glaube ich ganz gut sehen und hier habe ich das einfach mit einem brettchen und einem kühler verspannt das ist jetzt moderat stark betätigt also schon relativ stark ich will es eine zeitlang so lassen ich will aber natürlich auch die gummi sind der bremspumpe jetzt nicht über beanspruchen das heißt ich habe jetzt nicht maximal bremsdruck jetzt drauf aber ungefähr die hälfte schätze ich mal hier beißt es in alu weil holz hat immer nachgegeben das hat nicht richtig funktioniert war keine gute idee aber so funktioniert es prima jetzt muss ich mir alle stellen angucken die so bleiben sollten dürften wenn sie dicht sind und das mache ich jetzt dann lasse ich es mal vielleicht eine stunde stehen und so und gucke ob alles trocken ist ich habe da jetzt also so ein blaues papiertuch unter diese trennstelle drapiert und jetzt lasse ich das mal eine stunde so stehen unter druck und wenn es dicht bleibt dann betrachte ich das als eine ordnung natürlich schaue ich auch diesen punkt an der scheint es kann von vorhin noch gewesen sein dass er ein bisschen leckt hier mache ich nochmal trocken hier mache ich nochmal trocken und schaue ob das ok ist ob das ok bleibt hier habe ich ein leicht feuchtes fingerchen aber das mag von vorher noch gewesen sein schließlich war die bremflüssigkeit dran an diesem punkt und jetzt ist es trocken und das bleibt ein bisschen auch hier unter Druck logischerweise man kann ja den druck nicht nicht irgendwo lassen oder irgendwo nicht hintun und dann schaue ich mir das nochmal an wobei dieser punkt sowieso völlig unkritisch ist weil an den kommt man jederzeit ran den kann man jederzeit nachziehen das kann der Willi auch zwischendrin mal machen wenn es falls das notwendig sein sollte aber ich ziehe es natürlich so anders dicht ist logischerweise jetzt habe ich es erstmal trocken gemacht und jetzt glaube ich dass nichts mehr kommt aber mal eine stunde stehen lassen dann sehen wir es der dummy sattel bei dem ist es zwar egal weil der ist alt und kaputt den habe ich jetzt nur so als aber der sollte natürlich auch dicht sein hier habe ich übrigens alte alte aluringe genommen hier wollte ich keine neuen benutzen hier habe ich einfach irgendwelche genommen die ich aus dem abfall hatte hier ist auch egal ob es dicht ist oder nicht ok so eine gute stunde ist jetzt rum ich release das jetzt mal das sieht zumindest von außen noch trocken aus mal gucken ja perfekt so und hier es ist leicht feucht ganz ganz leicht feucht ja hier habe ich es auch nicht wirklich sehr fest gemacht weil man möchte das eigentlich nicht so unbedingt so sehr fest machen dann auch das passt da nicht durch ich mache es jetzt noch mal ein bisschen fest machen zack das ging nochmal zehn grad ein schöner ruck jetzt müsste es endgültig sein jetzt lasse ich das ding nach hinten und das muss hier in den gegenstecker rein hier oben so ich sauge dieses hilfssystem jetzt wieder leer weil ich das erstmal nicht mehr brauche man könnte die brühe zwar drin stehen lassen aber ich will es los sein und dann raus mit dem zeug mein dummy bremssattel kommt wieder ins regal der hat nichts mehr zu tun vielleicht muss er noch mal irgendwann als dummy dienen jetzt sind meine klötze rausgefallen logischerweise das kann doch ein bisschen austropsen hier die leitung man sieht auch gebrauchte aluscheiben halten noch dicht also wenn man keine neuen hat ist es jetzt keine katastrophe man benutzt natürlich immer neue und sie kosten ja auch nichts aber falls man keine hat braucht man da jetzt nicht an schlaflosen nächten irgendwie zugrunde gehen bremsentestaufbau ist jetzt weggeräumt der david hat ein paar bilder von dem zerlegten oder im zerlegen befindlichen federbein geschickt und die zeige ich euch mal die blende ich euch mal ein wenn er nichts dagegen hat dann muss ich ihn allerdings noch fragen wir sehen hier also das federbein im zuge der zerlegung hier ist die feder noch dran hier ist die feder schon ab und liegt neben dran das ist die dämpferkartusche hier kann man sehen wie die kraft der feder gemessen wird das ist ein weg kraft messgerät und wir haben hier also 80 newton pro millimeter das ist die federrate dieser feder ja der david hat ausgerechnet dass der will eine andere feder bräuchte idealerweise wenn alles optimal abgestimmt ist und der david hat auch schon eine ausgesuchte andere feder für den willi und ich muss noch ein adapter stück dann drehen auf der drehbank einen spacer kann ja ab und zu mal passieren dass man einen spacer drehen muss bei sowas ist ganz klar ja und was ich jetzt tun will ist da jetzt so ziemlich sicher sein dürfte dass das dass das ding hier diese unterschale hier drin bleiben darf werde ich die schläuche wieder verlegen es macht sinn das ganz zum schluss zu tun und nicht schon gleich zu anfangen weil ganz zum schluss passt das alles ganz prima ist kein problem ich werde mal ein bisschen ganz kleines bisschen silikonfett benutzen den stutzen damit ein bisschen einreiben ganz wenig so dass gerade sichtbar ist dass was drauf ist ja in der neuen whatsapp gruppe zu willis federbein geht es gerade schwer rund david und willi diskutieren die ganzen optionen durch während ich hier sein motorrad wieder zusammenbaue ja kann ich euch zeigen was ich hier tue schwierig ich habe gerade den schlauch hier unten wieder aufgesteckt und will jetzt den verankerer dann vorschieben und dann kommt der zweite schlauch der kommt von oben der hat keinen keine klemme ich hoffe nur ich habe nicht noch irgendwas irgendwie vergessen das wäre echt blöd so schlauch nummer zwei der dicke muss oben drüber da ist er sehr schön so und drauf damit prima gut abs stecker steckt auch schon der steckte vorher schon jetzt werde ich das abs kabel verlegen das abs kabel von hinten so sieht das jetzt aus der kanister ist wieder angeschlossen hier unten muss er noch angeschlossen werden aber das ist erstmal nicht so dringend so das ist der gegenstecker das abs kabel das wird also hier so reingeklickst auf diesen auf diesen bock ja das abs kabel kam mit hier durch und war in irgendeiner form mit dem mit der bremsleitung verheiratet das kommt hier so drauf kommt dann quasi unter dieser bremsleitung logischerweise in seine verankerung und das hing da sehr stramm drin kann ich mich dran erinnern aua ja genau schon fließt das blut wieder einmal abgerutscht schon fließt das blut wieder das ist eine katastrophe hier beim schrauben so es lief die kamera zwar gerade nicht aber ich habe es geschafft das ding hier also einzurasten da wo es hingehört ganz normal und jetzt kann ich es verlegen das kabel parallel zur parallel zur bremsleitung wie sich das gehört so hier sitzt der erste verankerungspunkt der bremsleitung das hier ist mein wunder daumen genau und so saß das ding hier drin die abs leitung ist fix das heißt da ist ganz klar wie es muss nämlich genau so die abs leitung muss dahinter verlaufen und dann wird die bremsleitung dazu gebogen so und bekommt ein ja genau die bremsleitung bekommt hier ein ein gummipuffer den spiegler ja schon aufgesetzt hat und jetzt brauche ich beide hände um dieses gebilde wieder zusammen zu biegen und hier zu verschrauben so ich habe da mal was vorbereitet so sieht das jetzt also aus und jetzt wird das hier angeschraubt und dann ist der erste verankerungspunkt schon wieder fixiert so man sieht hier ganz schön ich habe die gabel des ehemaligen bremslichtschalters dafür benutzt als verankerungspunkt für die leitung des neuen hydraulischen bremslichtschalters ist dann mit dem kabelbinder fest hier sieht das so aus passt alles perfekt bis jetzt der stecker ist noch nicht gesteckt das mache ich relativ spät die tülle des hydraulischen bremslichtschalters vom anschluss fixiere ich nochmal ganz gerne mit einem kabelbinder die anderen beiden befestigungspunkte montiere ich wenn die schwinge wieder dranhängt die mache ich aber erst dann dran wenn das federbein wieder da ist genau und das hinterrad fehlt auch noch das hinterrad hat der willi nämlich mitgenommen war hier eine klammer dran war hier eine klammer dran war hier keine klammer die drainage vom kanister so was haben wir hier jetzt haben wir hier das blinkrelais der gegenstecker vom blinkrelais grelle warum muss der jetzt so glaube ich genau hat klick gemacht schön das ist der regler der kommt so hier rein na komm greif danke so der eine stecker und der andere der ölige der kommt auch gleich dran kabel verlegt alles gut passt so wie war das jetzt die rallye box lauter relais drin ganz nett war bei der cbf 1000 ja genau der gleichen stelle so und dann haben wir hier so glaube ich war das die schraube ist schon drin da kann sie auch bleiben dann kann man das denke ich hier wieder in sein auf sein halter stülpen richtig genau so gut ja die ganzen gehäuse teile hier hinten sind erstmal nicht so wichtig das mache ich ganz zum schluss das ist ein paar minuten erledigt das nächste was zu tun wäre wäre das federbein wieder zu montieren und das hintere Fahrwerk aber wie gesagt das federbein fehlt noch und der willi hat auch noch das hinterrad zum sauber machen ja ok dann mache ich hier an dieser stelle erstmal schluss und lasse das jetzt so und kümmere mich um den vorderbau dazu muss ich erstmal gucken dass ich das motorrad hinten runter und vorne hoch bekomme genau wir wollen ja das gabelöl wechseln und das lenkkopflager wollen wir auch schmieren willi hat mich gebeten ob ich das lenkkopflager schmiere das muss ich mal gucken ob das so geht ja das geht so ich muss also gucken dass ich das hier hinten runter ziehe dann ist es vorne in der luft mehr brauche ich ja eigentlich nicht ja das könnte so der plan sein zwei automatikgurte hier oben eingehängt über ein paar schlaufen schauen wir mal wenn ich die bedienung mal wieder hinkriege jetzt ganz schön zug drauf aber das macht nix dann haut es jetzt nicht ab boi ein hauptständer ist schon was gutes so hier sind wir jetzt frei bremsen schleifen noch leicht hier ist der abs-sensor da kommt immer wieder runter ah lenkkopflager fühlt sich noch gut an hätte mich auch gewundert wenn nicht alles gut soweit ja das ist jetzt wohl die arbeitshaltung dieses motorrads für die nächsten paar tage nämlich abgespannt wie ein zelt hier habe ich die schlaufen also über diese etwas stabileren ösen da dran gemacht das ist also hinreichend ja ich mache jetzt mal einen kleinen schnitt ich musste mich jetzt weg wir haben heute stammtisch vom cbf 1000 forum rhein-main stammtisch und da fahr ich jetzt hin ja und demnächst sehen wir uns wieder mit der zerlegung der front von diesem motorrad und gabelölwechsel und solchen geschichten bis demnächst bei ZAMS Channel macht's gut